Herzlich willkommen zum zweiten Klausurtipp für März 2023 Bilanzbuchhalte. Es wird gehandelt in der Gerüchteküche, dass hier der Veräußerungsfall drankommen könnte, wenn jemand seinen Anteil an einem Gewerbebetrieb veräußert. Also § 15 Einkünfte aus Gewerbebetrieb und zwar laufende Einkünfte aus Gewerbebetrieb, hingegen § 16, § 17 ESTG einmalige Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und da haben wir den § 16, insbesondere hier nämlich den Fall des rollierenden Freibetrags nach § 16 Absatz 4 Satz 1 ESTG. Bitte mal reingehen. Also, wenn jemand hier seinen Anteil veräußert, § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 beispielsweise und auch Nummer 1 und so sind hier relevant, dann handelt es sich um eine einmalige Einkunft aus Gewerbebetrieb, nicht um eine laufende, aber eben eine Einkunft aus Gewerbebetrieb. Und dann ist es jetzt entscheidend, dass wir den Veräußerungsgewinn unterscheiden von dem steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn. So, und dazwischen tritt nämlich möglicherweise oder tritt hier der rollierende, der möglicherweise abgeschmolzene Freibetrag. So, dort, also mal reingucken, § 16 Absatz 4 Satz 1 ESTG, was denn dort so drin steht. Hat der Steuerpflichtige sein 55. Lebensjahr vollendet? Und da frage ich immer in meinen Kursen, ja, wann ist das denn der Fall? Wann hat denn jemand sein 55. Lebensjahr vollendet? Und die Antwort ist, und entscheidend viele machen das falsch, ich zähle so oftmals 50%, die das falsch machen, hat man sein 55. Lebensjahr vollendet an seinem 54., an seinem 55. oder an seinem 56. Geburtstag? Antwort, man hat es an seinem 55. Lebensjahr vollendet, sein 55. Lebensjahr. Also da musst du dann genau darauf achten, Stichwort hier, wir werden das Jahr, ihr werdet das Jahr 2022 hier dann erhalten in der Klausur und wie alt ist denn der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige dann hier geworden an seinem Geburtstag im Jahr 2022, muss man dann mal gucken. Anyway, also, wenn er 55 Jahre ist bzw. älter, dann hat er sein 55. Lebensjahr vollendet. Und zweite Voraussetzung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne hier dauernd berufsunfähig. Naja gut, zwei Möglichkeiten also. Und die Sache ist dann jetzt, dass dieser Freibetrag maximalerweise 45.000 Euro lautet. Und innerhalb dieser Grenzen, lomberische Drei-Zonen-Betrachtung, Achtung, Klausur-Relevant, lomberische Drei-Zonen-Betrachtung aus meinem Online-Kurs zur Einkommensteuer. So, hier, zunächst einmal, Bäm, ist der Freibetrag maximal. Der Freibetrag ist also maximal, wenn und soweit der Veräußerungsgewinn bis 136.000 Euro ranschreitet. Dann ist es allerdings so, dass das Ausmaß des Überschreitens von 136.000 Euro hier den Freibetrag entsprechend mindert. Das bedeutet, wenn wir das mal hier dann so entsprechend hier kennzeichnen, ja, in Türkis, dass der Freibetrag dort entsprechend abschmilzt. Der Freibetrag schmilzt also ab von 45.000 Euro bis sogar runter auf 0 Euro. Und ab 181.000 Euro ist der Freibetrag dann nicht mehr vorhanden. Welche Farbe soll man machen? Nehmen wir das hier. Ist er dann sogar nicht mehr vorhanden? Bäm, und dann tatsächlich 0 Euro. Das heißt, hier ist der Freibetrag dann auf 0 Euro abgeschmolzen, wenn der und sobald der Veräußerungsgewinn den Betrag von 181.000 Euro überschreitet. Angenommen, er ist 140.000 Euro, der Veräußerungsgewinn ist 140.000 Euro, dann wäre hier das Überschreiten 4.000 Euro. Dann hätten wir noch immer einen Freibetrag von 45 minus 4, also von 41.000 Euro. Und das ist also hier das Abschmelzen. Das Abschmelzen dieses Freibetrags also zwischen 136.000 und 181.000 Euro. Und das sind also Sachen, die für diesen Klausurtipp hier zu beachten sind, die du also wissen solltest und draufhaben solltest bezüglich des rollierenden Freibetrags, bezüglich der Tatsache, dass es sich dann um einmalige Einkünfte aus Gewerbebetrieb handelt. Wenn also hier jemand seinen Anteil an einem Gewerbebetrieb veräußern sollte, § 16 Absatz 1 ESTG dort bitte nochmal nachlesen. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.